Das ist es auch. Egal wie emotional, wie anstrengend, wie technisch das alles wurde, sind wir glücklich, wenn sie blühen. Wir sind ja der Meinung, jeder kann singen lernen. Und deshalb finden Gott sei Dank auch alle den Weg zu uns. Vom Teenie bis zum Best-Ager. Profis mit Optimierungsbedarf. Prominente Kollegen. Von der taffen Geschäftsfrau bis zur jungen Mama. Und ganz zu guter Letzt sind natürlich einfach nur die Leute da, die einfach Spaß am Singen haben. Wir bieten euch wöchentliche Kurse, regelmäßige Workshops und natürlich Einzelcoachings. Kommt vorbei und macht eure eigene UG-Erfahrung. Was mir persönlich am besten gefällt an der alltäglichen Coaching-Arbeit sind emotionale Momente. Das sind kleine Heldengeschichten von ganz alltäglichen Dingen, die aber so viel bedeuten. Das sind die Momente, die uns Coaches berühren, die uns begeistern. Und wenn dann die Leute mit einem riesen Grinsen zum Schluss nach Hause gehen, dann haben wir unseren Job gut gemacht. Bei der UG-Coaching-Methode geht es darum, mit einer gesunden und richtigen Technik singen zu lernen. Und dabei vielleicht ein ganzes Stück über sich selbst hinaus zu wachsen. Ihr fragt euch jetzt, wie wir das machen? Und wie es zu diesen kleinen Wundern kommen kann? Das wüssten wir selbst manchmal gern. UG-Coaching, das sind wir. UG-Coaching, das sind wir. Das sind Julia Schockmann und ihre Winter. Und wenn ihr jetzt auch so richtig Lust bekommen habt zu singen und mit uns lachen wollt, dann meldet euch. Wir freuen uns auf euch. Denn singen verändert dich. Singen verändert dich.